Ich habe schon gedacht, man wird willenlos, was Nicole vorher klargemacht hat, dass das nicht so ist. Aber ich habe wirklich das Gefühl, man wird willenlos und man kriegt eigentlich nichts mit, was passiert. Man kann zum Gelohnt gemacht werden oder auch zu etwas anderem und man hätte keine Möglichkeit zu reagieren. Das war schon meine Meinung, aber ich habe mich auch nie mit Hypnose befasst. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!